Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer weiteren kleinen Party Asterix and Friends heute am Donnerstag. Ja, hoffe ihr seid dabei wieder, hoffe ihr habt Spaß daran einfach mal aufzupassen wie ich hier so rumstümper bei Asterix and Friends. Wie gesagt, für die die es nicht wissen, das ist jetzt hier kein Tutorial oder irgendwas so ein Erklärvideo, sondern einfach nur so ein bisschen aufpassen wie ich mein Dorf aufbaue und es soll so ein kleines Pausenspiel sein. Am Dienstag, wie gesagt, kommt ja immer Hof Generation, das ist eigentlich ganz interessant, da könnt ihr definitiv dabei sein, weil da geht es richtig zur Sache. Dann ist am Freitag, nee Quatsch, Montag, Donnerstag und Samstag, Montag, Donnerstag und Samstag ist immer Asterix and Friends Tag und am Sonntag bauen wir einen Alpinhof auf in Erlengrad LS 19 wiederum. So und wer da gerne dabei ist, dem Eric Felder zuschauen möchte, nämlich beim Hof Generation, der kann natürlich wahnsinnig gerne da dabei sein, weil es einfach da immer viel zu tun gibt, mysteriöse Sachen zu tun gibt. Das Problem ist dort vor allem, Eric zweifelt langsam, ob er überhaupt noch dort in dem Ort bei seinem Toten-Opa sein soll. Und er weiß natürlich auch immer noch nicht, um was es eigentlich so richtig geht in dem Ganzen, wie er so dazugehört, was er in der Geschichte für eine Rolle spielt grundsätzlich. Und das wird sehr, sehr interessant noch werden. So und jetzt gucken wir aber erst mal rein, was können wir schon alles tun? Wir sind noch drüber, Schwerter herzustellen, wir sind noch drüber, vom Metzger einzusammeln. Also klicke auf ein Gebäude in dem Dorf, um einzusammeln. Das ist also immer noch alles im Entstehen. So, äh, was haben wir denn hier eigentlich alles so hinzufügen? Äh, da weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Was passiert denn dann? Achso, achso, alles klar. Na gut, dann hauen wir einfach hier mal ein paar, äh, ein paar solche Dinger mal mit rein. Ein paar aus dem Terzen mehr zu kriegen. Seht ihr, ich hab das früher gespielt, aber das war halt ganz am Anfang. Ich weiß das alles nicht mehr so ganz genau. Äh, muss mich da selber erst mal wieder reinfitzen in die ganze Geschichte. So, dann gucken wir mal weiter. Ähm, so. Besitze Eisenbahn, einen besitzen wir schon. Wir können, glaube ich, auch keinen zweiten gerade herstellen, weil uns die Rohstoffe fehlen. So, uns fehlt hier dieser ganze Mist. Machen wir hier einfach mal ein bisschen was weg. Vielleicht kriegen wir ja was. Dass wir wenigstens einen Eisenbahn herstellen können. Nichts zu wollen. So, gut, ähm, dann gucken wir nochmal hier rein. Oh, das war, glaube ich, schon das Letzte, ne? Ach, nee. Ja, genau. Goldbahn müssen wir noch tun. Das müssen wir noch machen. Von der Metzgerei sammeln. Normalerweise müsste ich doch... Ach ja, 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 gut, alles klar. Puh, 400 Mal soll ich hier einsammeln. Die haben doch ne Macke. Ey. N- Uuuh. Das nervt ja schon wieder. Okay. Ähm. Ich krieg einfach hier das nicht. Aber, puh. Hm. Naja. Ist halt so. Machen wir das mal fertig. Ähm. Ah. Ja. Genau. Damit kriegen wir es ja auch. Das ist ja klar. So. Stahlbahn. Alles klar. Wunderbar. 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 Okay. Goldbahn. Kostet mich 800 Zisterze. Also das dauert noch ein bisschen. So. Brett ist fertig. Das haben wir fertig. Das sieht ja schon mal ziemlich gut aus. Was wir mal machen könnten, wären mal ein paar Römer noch schnell verhauen. Ähm. Und das machen wir gleich mal. Mal. So. Wie sieht es denn aus? Äh. Inventor. Erfolge. Widerstandspunkte. Ja. Genau. Da brauchen wir nämlich noch ein paar. Mal sehen. Ob ich das hier hinbekomme noch. Jo. Sehr, sehr gut. Okay. Ähm. Dann würde ich sagen. Eins, zwei, drei. Bisschen Karotten. Ähm. Dann sind wir sowieso schon wieder am Ende. Wem es gefallen hat, einfach mal ein Like da lassen. Ähm. Dann, äh. Würde ich mich natürlich sehr, sehr drüber freuen. Abo da lassen. Das wäre natürlich ganz große Spitze. Und was für mich ist, non plus ultra ist, ihr Lieben, ist einfach ein Kommentar. Ich liebe es, eure Kommentare zu lesen. Egal, ob sie negativ oder auch positiv sind. Ich freue mich über jeden einzelnen Kommentar, ähm, solange sie konstruktiv bleiben, ne. Also seid bitte fair und ordentlich und, äh, freundlich zueinander. Vergesst eure Kinderstube nicht. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns am Samstag wieder. Bis dahin. Macht's gut. Und Tschüssi. 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 Tschüssi.